Viparita Hastapadasana ist eine fortgeschrittene Rückbeuge aus dem Stand. Du stehst auf, du gibst die Füße auseinander, 30 bis 60 cm weit auseinander, die Zehen nach außen. Du schiebst die Knie etwas nach vorne und du wölbst den Brustkorb nach hinten, fasst mit den Händen von den Oberschenkel, Kniekehlen, Waden entlang, bis du an den Fußgelenken angekommen bist. Dann wirst du auf Viparita Hastapadasana. Viparita heißt Umkehrstellung, das heißt Bauch ist höher als Herz, Herz höher als Kopf, deshalb Viparita. Und Hastapada heißt die Hastas, die Hände fassen an die Füße. Diese Stellung, laut Shri Yogeshwara nannt Paramahamsa, hilft, dass die Wirbelsäule flexibel wird, sie vermeidet Rundrücken, sie verhindert, dass man frühzeitig altert und hält den Körper jung und schön. Viparita Hastapadasana soll auch alle Probleme des Magens und des Darmes heilen. Also eine Menge von positiven Wirkungen. Vor allen Dingen verbindet es dich, verbindest die Hände mit den Füßen, gibt einen schönen Kreis, also ein schönes Chakra und hilft dir auch, dich als Ganzes zu öffnen, zur Kraft des Himmels und weit zu werden, dich zuzuwenden, allen Wesen überall. Zurück total.